Dann wurde sich auch gewünscht Gold of Persia. Schauen wir mal ob das was macht. Vom 2006 ist das Spiel übrigens, war ja damals mit der ersten auf dem Magie 2, war schon noch Magie 2 da mit dabei meine ich. Beziehungsweise das gab es ja auch schon vorher glaube ich auf noch älteren Geräten. Sohn. Ist doch nicht wahr wie die Kissen heute laufen. Sohn. 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 Da kann ich auch nichts dran ändern. Gut. Bis dann wieder. Tschau. So Magic Mirror Deluxe will ich nochmal probieren. Sohn. Ja. Viel Glück. Dann machen wir was. Dann bringen wir mal Glück. Ja, sowas sind wir voll da. Wie? Wie? Ja. ne ne nur hier halt an den beiden und wie sie sehen sehen sie nichts jetzt mal eine reihe mit zwei haben ein trauer spiel Oh, man, aber Ekkers. So, man. Das war's für heute. So, auch ein Wunsch, Rising Liner. Ich weiß, dass ich da schon mal ein Video vor langer, langer Zeit gemacht hatte, und man schön sehen konnte, wie 100 Euro einfach nur wegliefen, ohne dass einmal dieser Wirbel kam. Hoffen wir mal, dass es heute oder jetzt mal andersrum läuft. Ich glaube, das Spiel hieß, oder hatte ich auch das Video, hieß auch irgendwas mit Rising Liner. Ich muss da mal gucken, das ist schon etwas länger her, wo das war. Ich muss da mal gucken, das ist schon mal ein Video. Ach, das kann doch nicht sein. Nichts kommt. Gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und? Geht da oben? Oh, Kaffee!